So, ich hab jetzt mal nachgerugelt. Nach dem letzten Part, beziehungsweise nach eben. Es ist ganz einfach. Wir waren schon richtig. Und ich hab's vorhin eigentlich erst probiert, dachte ich. Aber... Das war wohl nicht ganz richtig, was ich da machen wollte. Es ist ganz am Anfang. Ganz, ganz am Anfang. Genau in dieser kleinen Ausbuchtung, wo wir... ...rennen waren und die ganzen Reifen kaputt gemacht haben. Genau da ist das Ding drin. Ich wusste es eigentlich auch, aber ich dachte, wenn ich einmal gegen das Schlagen hab, dass das... ...dass da nichts passiert. Ja. Schau mal... ...ist das da doch irgendwie... ...wenn wir mal gucken. Ja. Genau. Jetzt dürfen wir auch zum Heldensaal. Geht's jetzt auch noch weiter. Ich wissen, wo wir jetzt rauskommen. Ach, das entschädigt uns für... ...das eine Leben, was wir verloren haben. So, und jetzt dürfen wir auch endlich die Kürbisschlucht verlassen. Wobei die Kürbisschlucht doch relativ einfach war. Wenn man nicht reinfällt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... ...Solche Dinge sind nicht so meins. Ich, äh... ...weiß nicht. Ich hatte da auch mit... ...bei Jax Wohne Dexter Probleme. Wenn sich noch wer dran erinnert. Ich glaub im Teufelsimpf, oder was das da war. Ja. So, endlich. Wir dürfen nicht mehr. Die weite Welt. So. Im Heldensaal muss man sich Verbündete suchen. Zack! Ritsch, ritsch! Kaum rollen ein paar Zombie-Köpfe und schon glaubt ihr, ihr habt euch im Kampf verdient gemacht. Ihr seid doch lange nicht am Ziel. Ich? Schade. Nix Kirche. Jo, machen sich gut, ja. Aber es sind noch einige. Mein Gott, Fortis-Q. Ihr seid vielleicht ein Nütz des. Ich hab hier was, das ich euch leihen könnte. Nehmt es, wenn ihr wollt. Denkt aber daran, dass ich das nicht für euch klapperigen Schwachkopf tue, sondern nur für das arme Volk von Galilene. Ach, jetzt haben wir hier wieder Gold gekriegt. Das ist ja schön. Dann gehen wir jetzt ja wieder raus. Ja. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Okay. Türbeschlange. Warum habe ich da kein gutes Gefühl bei? Das sieht jetzt aber schon ganz so freundlich aus hier. Das ist vorher auch nicht, aber... Der Kürbiskönig schläft. Für eine Audienz bei dieser majestätischen Pflanze müsst ihr all ihre Schoten zerstampfen. Ähm... Okay. Acht verbleibenden Schoten. Okay. Das kann lustig werden. Es wird gemunkelt. Die Kürbishexe besäße einen heiß begehrten Drachen-Edelstein. Wenn ihr einen Hexenthalisman besitzt, könnt ihr die gütige Hexe herbeirufen. Okay. Oh mein Gott. Die Kürbishexe sind wie meine Kinder. Ich hege und pflege sie ihr ganzes Leben lang. Vom keim über die reife Zeit bis hin zu ihrer Ernte. Und hier seht ihr den Dunk. Sie rollen in der Gegend rum und stiften Unruhe. Dieser dumme alte Kürbis hat schlechten Einfluss auf die Kleinen. Wenn ihr ihm eine Lektion in gutem Benehmen erteilt, werde ich euch mit einem schönen Geschenk belohnen. Mhm. Okay, machen wir. Sieben Pop-Line-Schoten. Okay. Das war dumm. Oh, da können wir unser Leben wieder aufwaschen. Woher hin? Ich gucke doch, ich darf da rein. Das muss ich ja sogar. Wegen der Schoten. Oh, die Armefische. Die Viertel liegen auf jeden Fall auf dem Trockenen. So ein bisschen. Das ist aber irgendwas interessantes hinter. Ich gucke doch, ich gucke doch. Ich gucke doch, ich gucke doch. Keine verbleibende Lote. Ich gucke doch, ich gucke doch, ich gucke doch. Ich gucke doch, ich gucke doch. oh Okay Zweite Phase Was schlimmste ist eigentlich eher... Ich brauche Leben Ich brauche Ich brauche Und ich habe nicht mehr viel Leben Okay, das schaffe ich niemals Also vor diesem Level werden wir auf... oder werde ich auf jeden Fall noch mal eins zu anderem machen Um die anderen Flaschchen aufzufüllen Ähm... Ist denn... da Wo? Wo? War gar nicht länger zu versuchen Ja, ich bin doch schon tot! Stimmt, ich komme da jetzt gar nicht mehr raus, ne? Ich komme jetzt hier nicht mehr raus Recht kritisch Aber das kriegen wir hin Halt mir extrem gut auf... ... unser Leben aufpassen Ja? 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 Ja, extrem gut auf das Leben aufpassen Was war das nochmal? Was war das? Die Kisten lasse ich diesmal? Ach, das haben wir ja schon ausgerüstet Damit ich dann den weiten Finger abschießen kann Ich bin vorhin dieses Level reingegangen Also bin das andere Level reingegangen Das erste versuche ich jetzt noch ohne zu machen Okay Das ist noch relativ einfach Da 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 Ich hab vergessen, weil das andere Ding war Da 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 Geh da doch mal weg Da 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 Komm. Endlich. Ich hatte meine Hände nass. Du bist kündig. Danke. 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 Nimm zur Belohnung den schönen Drachen Edelstein. Ach, Drachen sind so herrliche Kreaturen.